Hallo! Bei meinem DM wurde gerade die Catrice Matchpoint LE aufgebaut und da habe ich die Gelegenheit am Schopf gepackt und mir vier Sachen mitgenommen. Angefangen bei dem klar roten Nagellack. Das ist die C03 und heißt Rock Buy oder Rock Bee, wie Rugby, man weiß es nicht. Und sieht so aus. Das ist ein schönes Creme Finish. Oterlack geht bei mir ja immer, bedauerlicherweise. Dann habe ich mitgenommen einen Lip Balm Tint und zwar da die dunkelbeerige Variante. Ich vermute mal, dass der auch Rock Buy heißt, kann ihr aber leider nirgendwo eine Bezeichnung entdecken. Es gibt jedenfalls davon und auch von dem Blush Stick, den ich euch gleich zeige, noch eine pinke Variante. So, da seht ihr ihn. Und zwar befindet er sich hier rechts außen, der Swatch. Was ihr daneben seht, ist dieser Blush Stick. Auch wieder Rock Buy. Und links außen noch der Lidschatten, gleiche Namens. Aber diesmal ja nicht unbedingt kreativ. So, ich sage euch auch noch mal kurz was zu den Preisen. Der Nagellack kostete 2,75. Der Blush Stick kostete 3,95. Der Lidschatten 3,75. Und der Lip Tint 4,95. Ja, das ist wie gesagt meine Beutel. Der Rest hat mich jetzt ehrlich gesagt farbtisch nicht so angesprochen. Falls ihr auf der Jagd nach dem guten Stück seid, wie gesagt, schaut bei eurem DM rein offensichtlich. Also entweder hat jetzt meiner getrödelt oder sie haben jetzt erst die Ware reinbekommen. War wie gesagt heute am Auspacken, aber vielleicht ist eurer ja am Montag am Start. Dann wünsche ich euch ein zauberhaftes Wochenende. Frohes Shoppen und bis nächste Woche. Tschüss.